willkommen zurück zu einer weiteren runde dead space so weitermachen in den bösen bösen räume hatte ich das hier nicht schon eingesammelt ich habe keine ahnung aber ich nehme es mit und hier alles cool wäre es ja was soll ich doch da liegt irgendwas wenn ich so folgen pumpt werde mit bank jetzt nein die summa von der bank weg das willkommen ja nie ich will ja überspringen ja ich möchte das tutorial überspringen also tolle wiederholen nie zurück da kam kleinere ekelglocken okay ich soll geradeaus aber nur da ist das ding wir gucken wir erst mal ich wollte ja sowieso noch mal an der bank jetzt was ändern und zwar hier an der waffe und zwar würde ich gerne erstmal plasma kern so denn einmal hier oben drauf und dass hier nicht als standard nämlich so denke ich mal dürfte das auch ein bisschen besser passen was immer kurz um für mich einig ich danke dir so dann könnten wir hier an und für sich denn jetzt gut eigentlich habe ich jetzt ein bisschen zu viel munition habe ich denn jetzt hier so viel sagt bloß wo ich das freuen mit den waffen test modus mal ausprobiert hatte das übernimmt er jetzt auch offendings das ist ja doof will ich ja jetzt nun wieder auch nicht na gut dann werde ich mich demnächst von dem waffen test modus mal fernhalten denn so warum sagt er mir eigentlich immer noch was neues an sich hier noch irgendwas gut ich habe hier noch ein bisschen was frei aber ich kann jetzt sowieso hier nichts weiter setzen wo jetzt ist die obere aber richtig gut und die untere hat nun mehr munition aber gucken na passt so gucken wir jetzt erst mal weiter ja dreh das ding auf kommt schon ok aha warum liegen hier so viele leichen ich will die leichen nicht aha das sieht ja hier richtig gut aus noch eine leiche nicht dass nachher hier die leichen mir den spaß verderben warum finde ich jetzt hier so viel munition es gefällt mir überhaupt nicht ich wollte eigentlich das leben warum ist das hier so schön laut elektrische aufladung aufheben ok wahrscheinlich ist das ding hier oder auch nicht was soll ich denn jetzt hin sagt mir hier hingehen ich kann hier aber weder was machen noch mal irgendwas anquatschen noch mal irgendwas anquatschen Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Hier in dem Ding was machen? Nee. Das nächste Spiel kommt ja auch nicht vorbei, oder? Nee. Er sagt, ich soll da hingehen, aber da ist doch jetzt gerade nichts. Ah, okay. Und jetzt haben wir auch den Schlüssel. Das hört sich nicht gut an. Oh Gott. Ich sehe nichts. Lass mich doch mal los. Was seid ihr für Ekelviecher? Um Gottes Willen. Na, das hat ja jetzt richtig gut geklappt. Ich habe jetzt alles Mögliche verwendet, was ich da hatte. Oh, Mann. Wenigstens bist du tot. Isaac, was ist das für ein schrecklicher Lernen? Ich glaube, ich habe was rausgezogen, was ich nicht hätte rausziehen sollen. Die Gravitationsplatten fallen auseinander. Die Nachricht ist eine Warnung an jemanden namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben Sie einen Weg gefunden, sie zu dekodieren? Ja, der Entschlüsselungscode ist im Büro von einer Laura Engstrom. Mal sehen, ob ich sie finde. Ja, ich habe sie. Ich schicke sie Ihnen auf Ihren Ortungssender. Okay. Da kann ich jetzt nichts mehr mitmachen. Oh. Jetzt habe ich ihn da festge... Jetzt ist er ganz kaputt. War ich nicht. Na gut. Wir gucken nochmal kurz. Elektronische Aufladung. Elektronische Aufladung. Können wir jetzt hier noch mehr? Ist das vielleicht jetzt eine Erweiterung? Ah. Setzt Projektile unter Strom und geringen voltanischen Schaden hinzufügen. Ja. Bauen wir einfach mal an. Ich hoffe, das gilt auch für beide Waffen. Weil, wenn ja, wäre cool. Wenn nein, okay. Keine Teile zum Herstellen verfügbar. Schade. Weil bis jetzt ist die Nietenpistole gar nicht mal so verkehrt. Machen wir das einmal ganz. Dann gucken wir mal kurz. Ne, hier war das verkehrt. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, hier die durch einen Dreier zu ersetzen. Also, die Zweier kaputt machen und dafür Dreier erstellen. Hm. Aber ich glaube, ich lasse es erst noch bei den Zweiern. Da bin ich mir nämlich noch nicht so sicher. Machen wir mal Munition. Gut. Gut. Gucken wir mal. Kommt keiner raus. Okay. Hoppala. Vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig bleiben. Oh, oh. Ja. Das ist Elektrizität. Junk, das gilt sogar für beide Waffen. Okay. Soll ein bisschen vorsichtiger sein. Einmal falsch abgebogen. Oh, ich habe noch irgendwas gefunden. Artefakt entdeckt. Persönliches Log. Laura Engstrom. Diese gefrorenen Kreaturen sind einfach atemberaubend. Ihre Physiologie ist der unseren, zumindest im weitesten Sinne, nicht gänzlich unähnlich. Sie sind groß, fast schon majestätisch. Sie sind, äh, eingeschlossenem Eis inmitten der Marker. Wer waren diese noblen Geschöpfe? Warum haben sie den Marker erbaut? Haben sie den schwarzen Marker zur Erde gebracht? Wenn ja, aus welchem Grund? Ich bin fast, nee, fest davon überzeugt, dass wir die Antworten auf all diese Fragen auf diesen Eisplaneten finden werden. Sorry, aber diese Gravitonplatten sind ziemlich laut. Da ist der Verhaskel schon quasi vorprogrammiert. Äh, bis jetzt. Ich, diese Nietenpistole. Ah. Immer diese Sabahane ist es. Schlimm. Also bis jetzt, die Nietenpistole ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Macht auf jeden Fall Spass. Okay. Jetzt gehen hier auch die Dinger hoch. Autsch. Oh, ich mag dich überhaupt nicht. Okay. Soweit, so gut. Ich hätte aber noch mal eine Idee. Moment. Das Gelhammer. Und zwar würde ich doch noch mal einen Aufsatz wechseln wollen. Mal sehen, ob das klappt. Wie ich mir das jetzt im Kopf, ja, nicht wieder rausgehen. Also ich finde das Waffen rumgespiele eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das ist richtig cool sogar. Das heißt, ich würde hier mal kurz, äh, wo war das? Den Tesla-Kern gegen einen Plasma-Kern austauschen. Nee. Äh, doch. Ja, erst mal so. Dann muss ich hier erst mal umbasteln. Dut, 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 dut. Weil ich will denn hier quasi den Plasma-Kern umtauschen gegen den Tesla-Kern. Sieht das Ding auch komplett anders aus. Okay. Reichweite nah, mittel. Aha. Hoppala. Na, komm. Einmal hier rum. Ähm. Glaub, ich hab das jetzt nicht richtig gemacht. Ja, gut. Ich hätte am liebsten halt so eine Testkammer, aber na, doch. Das sieht schon richtig aus. Aber irgendwie doch nicht. Weil hier ist ja jetzt zum Beispiel jetzt lass mich nur kurz in die Ecke, na. Der Schrotflintenaufsatz drauf, den wollte ich doch gar nicht haben. Hm? Jetzt ist irgendwas verkehrt. Wollte doch da wieder den Pistolen-Aufsatz drauf haben. Ja, ist Plasma-Kern. Hä? Aber der Aufsatz ist falsch. aber ziemlich falsch. Okay, und wenn ich das Ding herstelle, dann produziert einen verheerenden Strahl aus kinetischer Energie. Reichweite, Mittel, Präzision hoch? Okay, ich stelle es mal kurz her. Weil irgendwie sieht das Ding jetzt komplett nochmal anders aus. Also, mit der Waffenherstellung. Ich glaube, ich darf hier nicht einfach so hin und her. Also, mein Plasma-Cutter ist jetzt schon gar nicht mehr Plasma-Cutter, sondern jetzt irgendwas anderes. Was baue ich da? Was ist das? Aha. Okay, wenigstens lasse ich da dann ein Loch drinnen. Okay. Gucken wir mal kurz. Und das ist auch nicht mehr das, was ich davor hatte. Das ist jetzt... Ähm... Ja. Aber wenigstens ist das obere Ding noch das, was es sein sollte. Was machst du hier mit den Waffen, Isaac? Die sehen jetzt komplett wieder anders aus. Also, es kommt auch nochmal drauf an, ob ich es oben oder unten reinsetze. oder wie? Na denn? Prost Mahlzeit. So, hier haben wir auch nochmal ein bisschen was. Nehmen wir uns alles mit. Sonst ist nichts hier. Ich habe ihn. Hey, Santos. Ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Hab ihn. Warten Sie. Ich bearbeite die Nachricht damit. Versteckt Rosetta. Versteckt Rosetta. Versteckt Rosetta. Wer ist Rosetta? Sie haben wohl versucht, sie vor dem Verstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder Sie wussten etwas, das wir nicht wissen? Isaac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Gut, ich gehe jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Isaac, Ende. Okay. Oh, wir haben jetzt schon mal komplett andere Waffen. Und auch eigentlich gut Munition soweit. So, einmal schnell hier durch. Und weiter. Warum wird mir mein Ziel immer noch da angezeigt? Komme ich hier jetzt nicht wieder raus? Moment. Wir folgen einfach mal dem Ziel. Jedes Mal ein Schock hier. Ach, ich soll da hoch. So war das. Müsste ja eigentlich auch hier oben die Rüstungspark fertig sein, oder? Hier war noch eine. Genau, Anzugsstation. Vielleicht können wir ja den Anzug nochmal ein bisschen motzen. Anzug wechseln. Ja, wir haben halt nur den Eva-Anzug. Rig Upgrade. Ähm, gucken wir mal. Trefferpunkte. Wir haben jetzt auch ein bisschen Wolfram. Wir könnten auch die Luft mit Altmetall erhöhen. Hm. Dafür brauchen wir Halbleiter noch. Starse. Diesmal werde ich die Starse nicht... Oh. Wandler Dauer. Okay. Nachladen. Altmetall. Es kostet halt alles Altmetall. Chinese. Chinese. Nee, ich will ja eigentlich hier Trefferpunkte. Na, Gel haben wir genug. Altmetall. Ich nehm nochmal die Trefferpunkte. Luft kriegen wir leider nicht hin. Panzerung kriegen wir auch nicht hin. Haben wir sonst noch irgendwas? Wir könnten hier noch die Dauer erhöhen, weil davon haben wir sowieso genug. Jetzt bräuchten wir wieder IN-Wandler. Das Ding halt irgendwann riesengroß werden lassen. Aber okay. So, dann haben wir wenigstens jetzt noch ein wenig mehr Trefferpunkte zur Verfügung. Gar nicht verkehrt, hoffe ich mal. Komplett neue Waffen. Dateis, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu unserem kleinen Shuttle. Ich frage mich immer noch, was das ist. Inventar wird gespeichert. Okay, hier ist nichts. Hinterher fliegen. Natürlich geht die Kiste nicht kaputt. Warum auch? Wieder einfangen. Isaac, wieder einfangen. Da sind bestimmt wertvolle Ressourcen drin. Muni oder so. Ja, aber jetzt ist es kaputt gegangen. Okay. Jetzt können wir uns hier nochmal kurz Sauerstoff nehmen. Sauerstoff ist gut. So, dann machen wir hier einmal kurz auf. Setzen uns hier einmal kurz rein. Schon viel besser. Gut. Dann würde ich sagen, hiermit machen wir erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.